Hallo ihr Lieben, heute machen wir eine Leberpatee und zwar mache ich die am liebsten aus Putenleber, die ist am aussagekräftigsten, Hühnerleber gibt auch, Kalbsleber finde ich etwas zu sanft, ein Stück Butter, frischen Thymian, ich nehme am liebsten Zitronenthymian, wenn ihr den kriegt, ist das am besten. Dann dieses hier kommt separat, das wird eine Jue, die wird rübergezogen, Gemüsezwiebel, und dieses ist für die Deko hinterher. Und ihr werdet euch wundern, gekochter Schinken spielt eine große Rolle, das haben wir hier. Und jetzt werden wir das alles anbraten. So wir fangen jetzt an das zu braten, was gebraten werden muss in dieser Leberpatee und das ist anderthalb grob zusammengeschnittene Gemüsezwiebel, Gemüsezwiebel, und genau abgewogen, das muss leider so sein, ein von Putenleber. Nicht salzen, nicht pfeffern, gar nichts. Einfach anbraten. In Ghee, ich sparte das in Ghee. Das Ghee werde ich euch in einer anderen Sendung mal erklären, wie das geht. Das mache ich mir immer in größeren Mengen im Voraus, damit ich es immer zur Hand habe, wenn ich brauche. Die Zwiebeln müssen durch sein, einfach nur durch. Die Leber sollte ruhig noch ein bisschen blutig sein, die muss also nicht so ganz stark durch. Dann ruhig noch so ein bisschen. Riecht übrigens köstlich, könnte ich eigentlich jetzt schon so essen, mit ein bisschen Cytrone. Das macht eine ganze Mahlzeit. Jetzt haben wir hier eigentlich köstliche Röststoffe, könnt ihr sehen, aber wir können das leider nicht in die Leberpatee tun, weil die Flüssigkeitsmenge in der Leberpatee ist ganz wichtig, dass das nicht zu viel ist. Aber das ist richtig schade. Würde ich jetzt noch über Spaghetti schütten. Diese Leberpatee übrigens, muss ich dazu sagen, ist verblüffend einfach. Man muss sich nur an die Mengen halten. Ich gehe hier immer so ein bisschen locker mit Mengen um. Immer noch so ein bisschen mehr. Aber hier muss man sich schon an die Mengen halten. So, das reicht. Das reicht. Das reicht. Das reicht auch. So. Jetzt machen wir den Herd aus und ab in den Mixer. Jetzt fangen wir an, diese Ingredients zu vermischen. Und zwar als erstes nehme ich mal die Butter. Die tue ich unten rein in einen richtig ganz normalen Haushaltsmixer. Nichts besonderes, aber zuverlässig. Unten die Butter rein, die ist Zimmertemperatur. Kühlschrank ist es ein bisschen schwieriger, aber auch kein Drama. Die Zwiebel obendrauf. Jetzt kommt die Leber. Die kommt auch obendrauf. Wie gesagt, das Fett nicht mit rausschaufeln. Das gießt ihr euch jetzt mal schön über eine Portion Spaghetti. Ein bisschen Zitrone drauf. Wunderbare Mahlzeit. Und der gekochte Schinken. Also ein Pfund Leber. Anderthalb Gemüse, Zwiebel. 250 Gramm ganz normalen, ordinären gekochten Schinken. Das lasse ich jetzt schon mal durchlaufen. Und hacke inzwischen meinen Thymian. So, jetzt wird es laut. So, das wird eine etwas bräunliche Masse. Wie gesagt, am liebsten nehme ich Zitronen-Thymian. Das ist so köstlich. Und das ist ganz normaler jetzt. Das ist Zitronen-Thymian. Ich rieche es doch. Wunderbar. Hat jemand anders eingekauft. So, hinein damit. Und da diese Leberpaté so ein bisschen langweilige Farbe hat, einfach so bräunlich, mache ich immer gerne noch mal schönes Händchen von Petersilie rein. Und jetzt kommt ziemlich viel Pfeffermühle. Also das muss schon ziemlich viel sein. Sodass man denkt, man hat zu viel rein getan. Weniger Salz. Aus irgendeinem Grund braucht es nicht wahnsinnig viel Salz. Aber eine richtig Pfeffermühle. Und zwar einfach den schwarzen Pfeffer. Und jetzt kommt die Krönung. Jetzt brauche ich nämlich noch mal einen guten Schuss Cognac. Oder wie ich schon sagte, es kann auch ein trockener Sherry sein. Cognac gefällt mir besser. Und, ihr werdet euch wundern, die Leberpaté ist gleich fertig. Jetzt versuche ich mal eben. Nein, die braucht noch ein bisschen Cognac. So, ihr Lieben, jetzt machen wir unser Gelee. Ich habe hier etwas Brühe zurückbehalten von einer Rinderbrüste ich neulich. Schön, habe langsam kräfteln lassen. Und habe diese Brühe noch ein bisschen reduziert als etwas kräftiger geworden. Im Ganzen brauche ich einen halben Liter. Deswegen komme ich aus dieser Menge. Und hier CM Cognac. Jetzt schummle ich ein bisschen. Also hellbraun. Sieht das nicht so gut aus wie nämlich Zuckerkulör. Jetzt vermische ich das, könnt ihr das sehen. Es ist schön dunkel. Muss dunkel sein, darf nicht so durchsichtig sein. Jetzt drücke ich diese eingeweichte, lauwarmes Wasser eingeweichte, sechs Blatt auf einen halben Liter Glantine aus. Ganz fest hinein damit. Das löst sich jetzt auf. Das löst sich jetzt auf. Schön langsam rühren. Damit mir hier nichts kaputt geht. So sieht das aus. Jetzt spüre ich das geduldig bis sich das aufgelöst hat. Und dann lassen wir das etwas abkühlen und schütten das über die Leberpatie. Jetzt ist dieses Gelee schön abgekühlt. Jetzt verteile ich das sorgfältig auf der sehr runtergekühlten Pate. Übrigens, wenn ihr euch fragt, warum ich kalt und warm zusammengetan habe. Also die gekochten Schinken, die heißen Zwiebeln und die heiße Leber. Da muss ich noch dazu erwähnen, dass ich natürlich die Leber und die Zwiebeln habe runterkühlen lassen. Denn man kann nicht heiß mit kalt zusammenfüllen. Das bringt nichts. Guck mal, wie wunderbar das ausgeht. So, jetzt können wir sogar noch ein bisschen großzügig das verteilen. Das dauert jetzt ein wenig bis das steif wird. Und jetzt hoffe ich mal, dass meine Rechnung aufgeht, dass meine Deko liegen bleibt. Manchmal schwimmt sie davon. Zum Beispiel, wenn der Tisch ein bisschen schräg ist oder so. Dann mache ich gerne so ein Lorbeerblatt drauf. Am besten ist natürlich ein frisches Lorbeerblatt, was noch grün ist. Jetzt kommen meine rosa Pfefferbärchen. Das erstarrt natürlich alles und dann sieht das sehr schön aus. Übrigens, der Tisch ist gerade. Sonst würden sie jetzt alle in einer Ecke schwimmen. Habe ich bei allen schon gehabt. Jetzt hier einmal für den Nachbarn. Und mich hat vorhin eine Haustür der Hausmeister angelächelt. Ich kriege die zweite Patee. So, seht ihr wie toll das aussieht? Die einzig teure Zutat, die in dieser Leberpatee ist eigentlich nur der Cognac. Hühnerleber kostet sozusagen gar nichts oder Putenleber. Zwiebel auch nicht. Gekochter Schinken auch nicht. Also auch wieder mal etwas, wie ich es gern mag, kostengünstig. Die Gäste können kommen.